so wir haben ja gekocht will ich mal nicht sagen aber bei uns gibt es heute wie heißt das sowas wie döner genau mini döner das machen wir gleich in den toaster das kann man so aufklappen und dazu haben wir uns gemüse zwiebeln und fleisch wir haben uns für kebab rindfleisch entschieden und natürlich salat verschiedene soßen wie ihr sehen könnt ja hier ist auch noch was für die ganz scharfen hier unter uns genau für die heißen leute sagt die willow grad genau und georgina und elisa kommt gleich noch zum essen und dann geht es los und dann wünschen wir uns allen einen guten appetit